Du und deine Likes, Digga! Ey, yo Hamburg! Yes, wir sind hier in der Halle, Oberhafen City! Und das Format, welches euch diesen Nachmittag hier präsentiert, heißt... Du und deine Likes, Digga! Richtig! Eine besondere Ehre, dass wir im schönen Hamburg sein dürfen. In dieser Location, vor diesen Leuten und mit diesem Match hier. Hier auf meiner linken Seite steht ein Motherfucker. Den hat man vor einer Weile gesehen, bei December. Don't let the label label you. Er hat dort sein Gebügel gegeben. Und es war ein richtig, richtig, richtig stabiles Attitude des Todes. Heute für euch angereist aus Offenbach. Ach, Schaffenburg, mein ich mal auch, okay! Hamburg, seid gute Gastgeber! Für den Typen hier, der auf den wunderschönen Namen hört! Bilas! Und ihm gegenüber steht ein echter Hamburger Jung. Er kann's on beat, er kann's auf Tracks und er kann's nachweislich auch a cappella. Todesattitude ebenfalls. Und wir erwarten uns jetzt hier einen richtigen Banger von beiden. Deshalb Hamburg, hier steht euer Home-Representer. Macht mies Lärm für Alkohol! Aber Oberhafen City, das Match geht auf dieser Seite hier los! Alle jetzt die Klappe halten! Und wenn's abgeht, maximal eskalieren! Erste Runde! Bilal! Ja, ja, Party People, erst mal ne Frage. Ist hier irgendjemand, der zufällig mein Battle bei December 5 schon kennt? Ja! Ja, ein paar Vereins, oder sonst keiner hier? Kein Ding! Weil ihr bekommt heute euer eigenes Bild davon, wie das aussieht, wenn ich den lynchen werd. Denn ja, dank Karanova hatte ich kürzlich erst ein Battle und hab da so übelsachgerissen. Der Chief kam direkt danach zu mir. Meinte, dass er mich bei du und deinen Lines unbedingt mal für ein Match-Up haben will. Ich ganz bescheiden meinte erst mal nein, weil das Battle war eigentlich nur zum Spaß. Er jedoch bestand darauf, dass wir darüber noch einmal sprechen, also schrie er mir zwei Tage darauf. Ich war so sympathisch und einzigartig und ich dachte nur so Pluspunkt an Chief. Aber weißt du, wie das hier jetzt gerade aussieht? Als wär ich hier extra nach Hamburg gekommen und würd dir deinen scheiß Pluspunkt abziehen. Denn das war nicht nur beleidigend, Digga. Damit hast du mich sowas von würdelof gefickt. Sollte ich nochmal ein Doodle-Battle machen und sich sowas wiederholen, geh meine nächsten drei Verses erstmal an dich. Denn du und deine Lines präsentiert heute Alko. Der Typ, der so hässlich ist bei seinem Debü in der ersten ist nach seinem Anblick erstmal direkt jemand umgekippt. Und dann verchockt er die letzte Runde. Gewinnt das Battle aber trotzdem. Aber halt doch nur, weil sein Gegner keine dritte Runde kickt. Gegen B zu dem ILA. Ehrlich, wollte das wirklich gar nicht. Bin bei December 5 als No Name mit dem letzten Battle des Abends ja sozusagen trotzdem mit dem Main Match ins Piss gestartet. Und das macht das Ganze hier zwar nicht zu einer seismisch aktiven Zone. Aber scheiße mach ich das hier heute zu The Ring of Fire, Motherfucker. Let's get it, barf in the name. Das ist für dir, Digga. Weil als ich dich das erste Mal sah, ja, da musste ich wirklich schmunzeln, nur Striche. Siehst nämlich ganz genau aus wie die seine Emoji, dass das Mund nur so'n Striche hat. Von dieser Nase mal abgesehen. Und diesen komischen Flecken. Ey, wirst du erst heute Morgen so aus seinem Grab heraus? You look like a little bit ungesund, Digga. Und dein Front ist du bei Retra, damit dass er zu 50% doch's Unterkiefer besteht. Und sind wir mal ganz ehrlich, hombre, ich find's dir nicht gut, deine Strophe. Denn dieser Front kam von dem Du-Hut, dessen Kopf selbst so aussieht, als hätte man nen fetten tote Haut über nen Fußball gezogen. Und die Crowd hielt schon so, uh, das ist hart. Und ich so, nein, das ist scheiße. Wie ist der nicht 1 zu 1 aus, die Kontra K? Nach zwei Jahren als Wasserleiche, Joach. Weil jedes Mal, wenn ich mir dich ansehe, denk ich, fuck, die erste Zombie-Apokalypse ist raus. Jedes Mal, wenn der mich sieht, weiß dieser Zombie-Apokalypse ist im Haus. Und es heißt, ich werd heut so was von dein komplettes Universum mit seiner einzelnen Natur mit zerlegen, dass selbst Tarnoß dazu sagt, von diesem Biler kann man wahrlich noch lernen, Junge. Endgame. Alter, warte ne Runde, Hamburg, mach nochmal Lärmung für die erste Runde. Die erste Runde ist ebenso. Vorne und vier. Alko! Ey, es ist Alko, der dich bauernstellt. Warum schreist du mich so an, man? Brauchst du nen Sauerstoffzell? Hahahaha! Alle zum K, Digga, was geht ab? Ich hab euch was mitgebracht, ihr nickt zum Takt um Mitternacht, denn meine Gigs sind richtig krass. Nackt auf der Bühne, dummeltest du mitbändeln, Digga, was für ne Lüge. Ich puff ein paar Züge, Amnesia-Haste, bin Nebel und übernehme die Stage. Ey, schon seit 2006, kick dich so roundabout 3000 Tracks mit der geilste im Rap und der Treibhaus-Effekt. Leg meine Line, zieh sie rein und beweg. Scheiß auf, du Kerl, guck ich bastel Bretter, komm ja nicht von wegen Feature-Part und Plastik-Rapper. Du kriegst den Aschenbecher über den Schädel gezogen und sag ich, deine Tracks sind dope, dann hab ich auf jeden gelogen. Das ist mein allererstes Battle, welches ein Heimspiel für mich ist. Obwohl mir auch völlig scheißegal ist, wo ich der geilste bin im Biss. Ey man, die Reine, die ich kick, sind für den Scheiß-Penner zu sick. Ey, ich bin der Eichel-Opterix, hoff deine Alte ist heut mit. Das ist ein... Das ist ein ekelhafter Blender gegen einen Meter langen Ständer. Ey man, dein Mädel wird geschwängert und auf deinen Schädel eingehämmert. Beiß in die Kehle von den Pennern und deine Lebenszeit verändert sich in das Gegenteil. Ich mach dich heut zum Pflegefall und Rentner. Ey, beim Recherchieren fand ich ein Clip, wo er ein paar True-Bars rappt. Wo mir dann auffiel, er rappt grad nur ein coolster Vars-Trap. Ich dachte, ich finde unsere kleine Hilal, Titan am spitten und flown. Dabei macht er das nur zu KKS-Tracks, Lippensynchron. Den Wichser gibt es gar nicht, mein die Blamage ist heftig. Wenn du mich recherchierst, dann bist du ein paar Tage beschäftigt. Ich bin ein Rapper, der durch Deutschland mit seinen Bars marschiert. Du bist ein Rapper, der bei Instagram seinen Arsch rasiert. Kein Scheiß, Mann. Er sagt, meine Freundin, die freut sich total. Die mag es rasieren, denn die Schlampe gibt es mir häufig anal. Ey, heute werdet ihr Zeuge der Qual. Ey, das wird heute dein Schicksal, du fickst deine Mutter an Ramadan und leugnest es nicht. Boah! Warte. Mach Lärm hier für diese Runde von Heiko! Der Haftball in die Zwölf nämlich! Zweite Runde, Hamburg! BILAL! Okay, wir hatten es ja eben schon davon, dass mich hier eigentlich kein Schwanz kennt und scheiß drauf. Von mir aus übernehme ich hier auch gerne die Rolle des 100-Dogs. Aber von uns beiden bist du derjenige, der hängt. Spätestens morgen früh und zwar an den Docks. Junge, ich hab's schon einmal gesagt. Das hier ist ein ganz anderes Kaliber. Will der Chief einen nervigen Motherfucker loswerden? Ja, dann holt er halt ganz einfach Bier an. That's just a life of a killer. Weil ich fahr ne ewig weite Strecke und geb die Knete vor Ort cash, dann nehm ich so nem Opfer das Leben. Junge, ich werd heut so viel Bomben über dir abwerfen. Hamburg wär danach frohlos. Wäre nur Operation Gomorra gewesen, scheiße Posse, Alter. Weil wie der zum Beispiel in seinen Videos immer einen auf hart macht. Und eckt wie der gestörteste Aufschlitzer. Junge, ich schneid hier heute einmal so zack die Backe auf. Dann siehst du Bastard aus wie Merkel, du Wichser. Aber über Merkel sagen ja wenigstens die meisten noch ein Rap-Dope. Du scheiß missgeburten Mix aus nem kontaminierten von The Hills Heft. Ei, so ein Fettshow, Junge. Du regst mich auf, Alter. Vor allem wegen deinen benehmen in Interviews. Sagt er doch tatsächlich zu Freundin des Gegners. Sie ist süß. Hauptsache vorher ne komplette Runde gebattelt. Und dann den Schwanz einziehen wie so ne ächstlicher Köter. Unterlass doch einfach das Bellen. Du machst dich damit hier selbst nur zu nem Reinfall. Machst so ne Scheiße heute einmal bei mir und es klatscht. Aber kein Bölfall. Oder zumindest würdest an einer Stelle wie dieser ja wahrscheinlich du das sagen. Denn du kommst ja öfter mal um die Ecke. Präsentierst dann in nem Bett legen welche Sprüche aus deines Großvaters Jugend tagen. Von wegen ich tritt dir ne Wendeltreppe in den Rücken. Oder wär ich du, wär ich lieber ich. Stehst dann da vor dem Gegner und denkst du hast ihn gut gedisst. Aber Junge, ich soll dir von deinem Opa ausrichten, dass du ein... Uh... Uh... Ne... Dass du einfältiger Wichser aufhören sollst seine Witze zu klauen. Uh... Uh... Und dass du ein Hurensohn bist, Digga. Uh... Siehst du... Siehst du mal, wenn er nicht mal dein Opa mag ist. Ich hab wirklich vollstes Verständnis für deine Eltern. Ich mein, was will man mit dir? Erinnert er sich zurück an seine Kindertage? Sieht er in den Kinderwagen mit nem Schild dran. Auf dem steht, Kind zum Entführen. Aber... Darauf ist ja bis heute wohl leider nix geworden, weil... Seine Mutter hatte so viel Liebe für den Über. Die hat den nie vollengelassen. Die hat den hingeworfen. Oh... Oh... Bravo, Mann! Wer haben wir für die zweite Runde? Ja... 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 Oh, warum sind die zweite Runde? Ja... Alkohol! Das ist mein bester Freund Bilal. Ich schick die Fotze jetzt heim. Ey, wenn du meine Tracks rappst, Mann, dann hast du ja doch gute Lines. Na! Ey, du wirst heut gefickt, Mann, das war's, Pitschka. Ey, du willst auch Bad Boy machen, doch was ich seh, das ist nur ein Arschkriecher. Ey, den Draufgänger, den hast du auf jeden verbockt. Stattdessen hast du im Livestream mit Chief jeden gepropst. Oh, ihr seid alle so toll, was für ein Blender du bist. Und du hast geweint, weil du von Chief immer so ne Gänsehaut kriegst. Wie viele Schwänze du küsst. Digga, du bist, du bist ne Pussy und ein Schleimer. Oh, ich freu mich so auf jeden MC und danach lutsch ich jeden einen da. Digga... Danach lutsch ich jeden einen da. Ah, als du K... Sorry. Einmal kurz die Luft holen. Ey, es ist Alko, Bruder, zieh die Neuner. Sonst schick ich dich auf die Reise, Bruder, wie Zigeuner. Er ist mir ziemlich teuer, denn du zahlst mit deinem Leben. Ich fick drauf, wer du bist, denn ich schlag mich mit jedem Ball an Nasen vom Tresen, du kleiner Gangster. Und puste anniesiger Qualm aus meinem Seitenfenster. Ich komm mit Schlägern aus der Hood, du mit 30 Rentnern. Ich bin ein Unikat, lass mich von keinem verändern. Ich nötige deine Freundin geduldiger zu blasen. Komm dann durch die Hintertür, lieber entschuldigen als fragen. Ich fick sie kaputt, zwei Kamakras geschluckt. Und zwar in dem Elternhaus, schlag ihren Vater kaputt. Hasta la vista und se la vie. Der Tisch fällt Batzen von der Straße unten im Teller Speed. Was für ein schneller Beat. Ey, man, ich baller mir ein paar Nasen und dann bring ich selbst Balladen nur in Double-Time-Passagen. Yeah. Mich kann keiner mehr schlagen, denn letztendlich bin ich über jeden Zweifel erhaben. Der Geilste sozusagen. Nenn die Scheiße mal bei Namen. Und dann geh mir aus den Augen, hast du weiter nichts zu sagen. Time. Yes. Macht Lärmung für die Runde von der Eingang. Bravo. Beide Ampsis. Jeweils noch eine Runde beginnen bei Bielal. Männers. Hört mal für Rön zu toschen, Leute. Losen. Ja, war ja klar, dass du irgendwie was davon badenst, meine Alter zu bunsen, halt. Ja, aber ist gar kein Problem, Digga, weil ich hab gehofft, dass du deine Alter auch mitbringst. Hab nämlich extra ein paar Homies dabei, die wollten das Battle hier sehen, aber die haben gemeint, die wollen halt auch ficken. So, okay, machen wir die letzte Fertigung, oder? Yes. So, ihr habt ja jetzt alle zwei Runden lang hören können, womit dieses ekelhafte Scheiße alles heut versucht und könnt mit Sicherheit verstehen, wenn ich sag, gegen den Engels zu picken, war wie in nem Heuhaufen Heu zu suchen, Digga. Oder wie die Fahndung nach Sand am Strand oder Nutten in seiner Fam. Im Gegensatz zu dem Shit ist es, was ich spit so heiß. Ich komm in deine Hood rein und sie brennt, Junge. Ja. Und dies ist wieder Motherfucker Rap Skill Level on top. Ich bin so fly, ich dreh mir ein, setz mich und chill in mit Gott, Junge. Was willst du mir erzählen, Alter? Im Gegensatz zu Demir, der ist nämlich einer, der, wenn er merkt, dass seine hässliche Betonung floppt und dass er stottert beim Acton meint, er müsse das Ganze mit nem halbgaren Doubletime retten, Junge. Ekelhaft. Aber damit hast du die ganze Crowd ja nochmal verzaubert. Ich hingegen fand das nicht wirklich dope. Ich mein, der Doubletime war so magisch, der bekam Platz in Hogwarts und der sprechende Hut so eindeutig Gryffins Klo. Nice. Wenn man was nicht kann, sollte man es einfach lassen. Der hingegen steppt hier in seiner scheiß Heimatstadt zum Battle und will sich wirklich beweisen. Und dass er den scheiß Kaderbaum ist dann sehen, die Leute finden es scheiße. Jedes Mal, wenn du redest, der Blick von denen auf dir ab, bitte sei leise. Kommst dann mit deinen ganzen Homies, aber hier im Kreis drin stirbst du alleine. Junge, zwei Zentimeter vor dir, meine Stirn berührt deine und ein starrender Blick, der dir suggeriert, jeden Moment gibt er mir eine. Ich schließe schon wieder auf, Alter. Easy. Runter, komm. Ruhig dich, Junge. Es ist nur ein Battle. Sauerstoff. Ach was, du Hurensohn, Alter. Du bist nämlich einer dieser Battle-Rapper, die sich in den Kreis stellen und feierst dann jeden Scheiß, den der Gegner sagt. Ember, so arme hoch, wer denkt, dass Alko ein Bastard ist? Und der Vogel steht nur vor dem Mund. Heb den Arm. Feierst noch mit ihm, feierst noch mit ihm, bist am Lachen und grinst. Formst mit den Händen ein Herz für die Cam-Motherfucker, du spinnst. Stell dir das mal in deinem Alltag vor. Kommt einer zu dem und sagt, Alko, ja, ich ficke deine Mutter. Sagt er wahrscheinlich Dinge wie, ja, korrekt, hier, Digga, kriegst du gleich die Nummer, Alter. Ich komm doch auch nicht klar, dass deine Mutter in ihrer Schwangerschaft keiner gefragt hat, ob er nicht mal an ihre Fruchtblase treten dürfte. Weil nur deswegen steht hier heute so ein Bastard, bei dem ich denk, man hätte Hasbullahs Zwilling nicht so viel Fruchtzwerge geben dürfen. Wobei, 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 der Gedanke daran, der bringt mich ja wiederum wirklich zum Lächeln. Fehlt nur noch, dass ich ihn so an seinen Kopf weghalte, während er mit seinen schwachen Punches versucht mich zu treffen. In dem Sinne, Leute, hören dich rappen und fragen, was labert der da für'n Scheiß? Leute, hören mich rappen und fragen, wo war der die ganze Zeit? Ey, 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 ja, ist doch noch eine Runde, oder? Das war die Ausregung! Wir haben gemacht gerade für die Punchline, aber macht mal bitte leer für die dritte Runde von Bela! Langsam können wir hier auch lautstärke-technisch auf den Lernen, was mir vorschlägt. Und dreht euch das Runde Alkohol! Oh ja, ich muss ja mal ein bisschen an meine Moral appellieren, da hast du wirklich recht, damit deiner Frau das tut mir leid. Ey, ich spiel Schere-Stein-Papier in der Furt deiner Frau. Mann und dann fick ich sie durch, Mann und dann lutscht sie um Sau. Okay, das wird lustig wie Sau. Lass sie im Schwanzhagel duschen, endlich mal echten Sex, ohne vor deinen Schwanz ewig zu suchen. Gern geschehen, ich lass sie in Bergen von Sperma stehen und sie taucht durch die Jauche wie so eine Mähungfrau im Spermaregen. Und du? Du kannst dabei gerne zusehen und dann sterben gehen. Okay, ja. Ey, es ist Alkohol, der dich heute zerreißt, du weißt, und dann holst du deine Kohle raus, denn ohne Fleiß kein Preis. Ey, ich bin bald schon reich, also sei nett und bezahl. Ja, ich bin zwar weiß wie Käse, obwohl ich rapp wie Jamal. Und ja, Mann, ich will Scheine dafür. Ey, ganz ehrlich, bezahlst du nicht sofort, Mann, hast du keine Manieren? Ich werd dein Weih penetrieren und geh dann heim und bin hier. Spaß, Mann. Oh, scheiße, Mann, hier. Ja, time. Alright, wir haben alle gesehen. Trotzdem, Lärm bitte für die Rennrolle von Alkohol! Sorry, Mann, sorry. Hättest du doch einfach den letzten noch mal wiederholt, vielleicht wärst du das Rennen? Ey, bitte noch mal hier, meine Puppshausen in der Rache. Crowd, bitte noch den Moment aushalten. Und dann gibt's ne Extended Pause. Judges, bitte mal hier herankommen in der stabilen Stimmerei. Genau, der Herr Holum, der Puppshausen ist mit bei. Du, Kollege, eins, zwei, drei, vier, fünf, ne, such mal bitte hier so einen Namen. Alright. Ey, Hamburg! Habt ihr Bock hier auf die Entscheidung? Yeah! Dann machen wir es hier noch mal mit. Extosound, gebt ihn mir. Drei, zwei... Drei, zwei, eins! Eindeutig! Alright, alright! Ey, speziell in der dritten Runde hat man ja gesehen, wa? Geil, ne? Todesgeil! Todesgeil und mit ganz klein bisschen Optimierungsbedarf. Trotzdem riesenkeile Leistung. Hier vor eigener Kulisse. Macht Lärm für... Alkohol! Aber, aber, Gewinner dieses Battles. Nach dem Monster-Debüt. Hier gleich noch mal überbrutal nachgelegt. Hamburg macht Lärm für... Bilal! Handshake! Siehst, da ist Bierchen schon offen. Wir sind draußen. Peace! Ja, Bilal hat gewonnen. Und nachdem klar war, dass er mit Gott und Jibo raucht und seine Performance überkrankt war, habe ich versucht, so ein bisschen auf seine Lines zu achten und wie kreativ er die aufbaut. Und allein das hat er schon so viel besser gemacht als Alkohol. Zumal Alkohol in der zweiten Runde ganz sicher einen Text gebracht hat. Das finde ich immer super scheiße. Und die Jokes auch. Also insofern ganz klar, Bilal! Jo, ähm, Bilal, krasse Delivery, krasse Punchlines, hat abgerissen. Alkohol war mega witzig. Er hat aber allerdings schon in der ersten Runde sein Handy rausgeholt und macht den Text gekostet. Das hat man gemerkt in seiner Performance. Ich glaube sogar, er hat in der zweiten Runde einen 16er gekickt von einem seiner Songs. Nichtsdestotrotz, mega unterhaltsam, aber ganz klares Ding an Bilal. Ja, äh, Bilal, übelst krasse Energie, so mega heftig. Seine dritte Runde, Kopf-an-Kopf-Ding, Alter, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, ganz klares Ding an ihn auf jeden Fall. So, aber übelst geile Atmosphäre. Jo, ich glaube, das Match gerade war sehr, sehr deutlich. Alkohol war heute sowohl von den Punchlines als auch von der Performance, als auch von der Textsicherheit nicht so richtig am Start. Ähm, Bilal kann textlich, glaube ich, auch noch ein bisschen was ausbauen, aber Alter, energietechnisch eine der geilsten Performances, die wir in letzter Zeit überhaupt gesehen haben. Das war richtig, richtig Killer. Deswegen sehr, sehr deutlich 3-0 an Bilal. Ähm, ja, mein Vote ging an Bilal. Einfach, weil er konstant halt auch diesen, also er hat mehr Hunger gehabt. Wobei ich auch sagen muss, Alkohol war sehr, sehr witzig. Hat halt, ähm, hätte er in der zweiten und dritten Runde halt nicht ganz so die Energie verloren, hätte auch nicht die Crowd verloren. Und, ähm, ich denke, wahrscheinlich die ersten zwei Runden haben ihn so stark beeinflusst, dass er da wahrscheinlich auch rausgekommen ist. Könnte möglich sein. Auf jeden Fall, Bilal on top, äh, hat ihn einfach gefressen und, ja, daher mein Vote an ihn. Was macht's mit ein wenig was? In der zweiten Runde ist es so schwierig, wird ja einfach verbundenen die zwei Runde ein faktiskt Mailhause in die Tä fence und dann, das war noch nicht so schwierig. Und, ähm, also mit einem Kilo. Und, dass ist, liebe Güven, also mit einem Kilo. Und, ihr habt ja auch mit einem Kilo. Und, ihr habt ja auch mit einem Kilo. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020